Hey, ich bin Tom. Ich bin 20 Jahre alt und mache momentan meine Ausbildung zum Industriemechaniker bei Klingenberg. Ich bin im zweiten Lehrjahr und werde euch heute zeigen, wie mein Alltag im Unternehmen und in meinem Beruf so aussieht. Während meiner Schulzeit wurde mir schnell klar, dass ich nach meinem Abschluss eine praktische Ausbildung beginnen möchte, in der ich mein technisches Interesse ausleben kann. Ich habe einen Beruf gesucht, der große Vierseitigkeit bietet, der einen Tag für Tag neu fordert und der immer wieder nach neuen Lösungen verlangt. Für Klingenberg habe ich mich entschieden, weil es sich um ein hochtechnologisches Unternehmen handelt, was global agiert und einem Industriemechaniker viele Möglichkeiten bietet, seinen Beruf auszuüben. Da mein Beruf sehr vielseitig ist, ist kein Tag wie der andere. Allgemeine Aufgaben in meinem Berufsalltag sind das Montieren von Baugruppen, die Endmontage von Maschinen und das Instandhalten von Anlagen. Das Besondere an meinem Beruf ist, dass es oft Herausforderungen gibt, die individuelle Lösungen erfordern. Die werden meist im Team mit verschiedenen Kollegen erarbeitet. Durch die Zusammenarbeit mit meinen Elektrikern und Servicekollegen wird der Tag niemals langweilig. Vom Groben bis ins Feine ist bei meiner Arbeit alles dabei. Die Ausbildung zum Industriemechaniker erstreckt sich im Regelfall über dreieinhalb Jahre. Das erste Jahr wird im BZI Remstadt absolviert. Dort durchläuft man die Grundausbildung im Fachbereich Metall. In dieser werden die verschiedensten Bearbeitungsmöglichkeiten von Werkstoffen vermittelt, wie das Drehen, Fräsen, Pfeilen oder Schweißen. Im zweiten Lehrjahr wechselt man ins Unternehmen. Dort durchläuft man verschiedenste Abteilungen im Maschinenbau und Service, in denen Industriemechaniker eingesetzt werden. Während der gesamten Ausbildung besucht man diverse Fachlehrgänge im BZI und das Berufskolleg Hückeswagen. Nach meiner Ausbildung möchte ich gerne meinen Beruf weiter ausüben und mich zum Techniker weiterbilden.